Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück. Wir sind bei dieser Rettungsmission oder so, soweit ich mich erinnern kann. Wir müssen da diese drei Punkte finden. Gulag-Aufklärung, genau das war's. Ja, ich bin schon wieder länger nicht zum Aufnehmen gekommen. Und so, mal orientieren. In welche Richtung sehen wir denn jetzt? Genau hinter uns müsste sich ein Pünktchen befinden. Okay, wir drehen uns einmal im Kreis und da hinten geht's aber nicht wirklich weiter, oder? Tja. Wow, Tiefschnee, ich hasse ihn. Sind wir da jetzt eventuell? Da könnten wir richtig sein. Gut, die Gefangenen haben wir ja in der letzten Folge befreit. Und ja, es stimmt, ich bin nach wie vor auf der Flucht vor dem großen Krieg. So viel Munition haben wir nicht. Aber wir müssen halt was tun. Okay, ich glaube, das ist safe. Was ist denn das für ein grünes Pünktchen? Magnesit, Erz? Aber da sind wir ja komplett falsch, eigentlich. Oder? Nein, gar nicht mal so. Na gut. Dann looten wir mal alles, was da noch so rum steht. Wie ging denn das mit Bombe basteln? Okay. So, weg du weg. Okay. Jo, sorry Leute, ich muss mich erst wieder ein bisschen eingewöhnen. Gut, Magnesit, Erz, haben wir in den letzten Folgen gelernt, oder ich hab's gelernt, ihr wusstet das wahrscheinlich schon. Kann man nicht verkaufen, sondern einfach für Splittergranaten und Granaten verwenden. So, ich hoffe, ich hab's nicht da jetzt. Ja, da kann man aber auch nicht wirklich rüber, hm? Oh, das ist doof. So, das müsste der Schuppen sein. Oh, da war's. Wir nehmen die Lampe mit. Bring aber das Licht ins Dunkel. So, da müsste der erste Hinweis sein. Okay, die feindlichen Truppenbewegungspläne. Jetzt brauchen wir noch den Wachplan. Und ich hoffe, wir müssen jetzt nicht den ganzen Weg zurückgehen. Oh, doch, müssen wir wahrscheinlich. Können wir da nicht irgendwo... Quickfix da rüber. Wir laufen einfach mal. Ich glaub, wir sind... Oh, schade, dass sie da nicht... Sie ist so tough und dann kann sie da nicht draufkettern. Und... Da auch nicht. Das würde uns den Weg ziemlich verkürzen, würde ich mal behaupten. Oh mein Gott, meine Nase kribbelt. Ich muss wahrscheinlich hießen. Da sind wir komplett falsch. Ja. So, was soll ich sagen? Bei uns, der Sommer schlagartig irgendwie gefüllt in den Winter, äh, übergegagert. Ich bin schon wieder nicht zurück. Oh mein Gott, Leute, das wird ewig dauern. Aber ich möchte halt die Seitemissionen erledigen. Na bitte, Laura, gar nicht mal so nass geworden. Langsam wird's was. Ja, jedenfalls von... Schon mal bis zu 30 Grad runter auf heute 15 Grad. Es ist arschkalt, sozusagen, quasi. Aber naja, nicht so kalt wie der guten Laura, die vom Wasser in den Tiefschnee stapfen muss und... ...dazwischen ständig verfolgt wird und killen und töten und schießen muss. So, will man mal speichern? Ich mach mal ein kurzer Zwischenrast. Sonst können wir eh nichts machen. Okay. So. Hey, ich dachte, du hättest gesagt, Pickett wäre mit von der Partie. Ja, dachte ich auch. Aber es heißt, er war mit Konstantin in Syrien. Ah, shit. Tut mir leid. Du bist neu bei Trinity, oder? Du, ein erster Vertrag. Ein paar Kumpels haben für mich gewirkt. Okay, sie sind getrennt. So, das bloß nicht. Niemand zahlt besser. Aber Fehler werden nicht verlebt. Angriffen! Wir werden angegriffen! So, der durchsucht gar nichts mehr. Scheibengeister! Shit, der hat ein Schild. Ist hier ziemlich unbeeindruckt. So viel zum Thema, wie entgegen den Krieg und so. Ganz auf deiner Seite. Deiner Meinung. Und so. Da lässt gleich wieder mein Grammatik-Center aus. Ja, wir hätten eine Bombe bauen können. Naja. Ah. Wir können das Teil ja auch zerstören. Und das gibt ja auch irgendwie so einen Bonus. Wir sprengen den Scheiß-Kaburter. Immerhin 3 von 40. Nein, 3 von 10. Zum Glück. So. Und ich wollte noch, wie wir da eingetreten sind, sagen. Ich glaube, wir sind nicht ganz alleine. Ja, das war's. Mit dem Laptop kann man nicht mehr viel anstellen. Ich muss noch ganz kurz... Ja, nimmt die auf. Molotov. Werfen wir Molotov-Center. So. Dann looten wir die Kollegen mal. Den haben wir schon gelobet. Na ja, eigentlich. Ich weiß es nicht. Ob die Mission geplant war als Stealth-Mission. So vorne links. Da drinnen muss das sein. Jedenfalls das mit Stealth können wir jetzt vergessen. Da hinten. So, holen sie Beweise für archäologische Funde zurück. Das interessiert uns natürlich als Lara Croft am meisten. Und dazu müssen wir dorthin. So, na gut. Ich schätze mal. Gott, die Schnee. Uncool. Wir haben laufen. Wir haben auf der Flucht sein müssen. Ah. Nice. So, hätten wir. Zum verbliebenen Speer. Und der ist... Ah, verdammt. Den finde ich ja jetzt sicher wieder ewig lang nicht. Es fängt ja schon an, dass ich nicht weiß, wo ich mich hinbeamern soll. Das war ja eine ewig lange Suche. Ich glaube, das war da unten. Die Höhle da. Das heißt, am besten ist es wie ein verborgenes Refugium. Na gut. Ich glaube, wir sind da am schnellsten. Dann hätten wir die Mission auch. Und ich glaube, dann kann ich mich nicht länger drücken. Dann werden wir Sophie und Jacob helfen. Und wieder mal ein bisschen Story voranbringen. Okay, ja, da sind wir schneller. Ja, da ist auch gleich das Bonfire. So, verborgenes Refugium. Schnellreise. Ja, das ist die DLC-Mission. Da sind wir, aber die möchte ich noch nicht machen. Ausgabenstätte, wo ist denn das? Verborgenes Refugium. Jo. Dann haben wir zumindest alle mir bekannten Seiten-Missionen. Und ja, nächste Folge gehen wir dann oder wahrscheinlich noch in der Folge wieder zurück zur eigentlichen Main-Haupt-Mission. Naja, eins würde mir noch einfallen. Dieses verborgene Grab. Das habe ich nicht gefunden. Mal schauen, wie lange die Folge wird. Ich habe jetzt zumindest vor, ab nächster Folge spielen wir dann wieder die ja, schauen wir, dass wieder ein bisschen Progress in der Story kommt. Aber ja, ich habe es tausendmal wiederholt und irgendwie muss ich den Ladescreen ja, Pausen füllen. Ich spiele es ja blind, ich kenne es gar nicht und bei Lado-Kraft-Teilen, die blind sind, die ich nicht kenne, möchte ich natürlich alles entdecken, was es zum Entdecken gibt. Oh mein Gott, wir müssen da irgendwie runter. Ja, jetzt wieder nicht unbedingt die schlauste Idee von mir. Ah, okay. und da kann man nicht drüben. Wir müssen, soweit ich mich dunkel erinnern kann, da irgendwo unten eine Höhle finden und über die Höhle kommen wir dann zu diesem Questgeber. Da. Weil ich beim letzten Mal schon lang, so lange gesucht. Okay, wir müssen den taktischen Rücksicht bauen. Ah, Moment. da oben. Das könnte richtig geil sein. Wir nehmen die von oben ins Visier. Wenn sie nicht verschwunden wären. Wir probieren einfach mal was. Feuerwerk! Na ja, gut. Ich glaube aber, da ist sogar die Höhle. Oh, zum Glück war das Tiefschnee. Da können wir Fällen mitnehmen. Egal, das müsste sogar die, ja, das ist die Höhle. Ich hoffe es. Nicht, dass uns jetzt 50 Löwen entgegen, äh, Wölfe entgegenspringen. Ja, das ist die Höhle. Ja, das ist die Höhle. Guten Tag. Ich habe Informationen. Willkommen zurück. Was haben Sie erfahren? Hallo. Ich grüße Sie. Ich dich auch. Haben Sie die Mine bei der alten Sowjetanlage gesehen? Viele von uns sind dort gestorben. Ja, nicht nur gesehen, sondern auch erforscht. Vorsicht vor den Fliegenpilzen, die im Tal wachsen. Sie sind nicht essbar, aber sie produzieren ein äußerst starkes Gift. Ja, das hat uns schon öfters gerettet. Du bringst uns aber nicht weiter. Von den Wolfshöhlen sollten Sie sich fernhalten. Sie werden Ihr Heim verteidigen, genau wie wir. Ich habe schon ewig keinen richtigen Hirsch mehr gesehen, aber sie sind unverkennbar. Allein das Gewahr ist schon halb so groß wie Sie. Ja, hier haben wir, glaube ich, auch noch keinen gesehen, oder? Äh, ja, jetzt wollen wir über Pilze reden. Voll. Ja, wir haben genug Pilze. Hallo. Wer von euch ist denn mein Questgeber? Du bist mein Questgeber. Ich glaube, danach haben Sie gesucht. Ja. Ja, das hilft uns, den Widerstand zu planen. Vielen Dank für all Ihre Hilfe. Nehmen Sie und gut reise. Dieses Tal ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Gewehrschalldämpfer. Neuer Waffenaufsatz gefunden. Wenn Sie Wildschweinfett brauchen, müssen Sie ein Wildschwein jagen. Wollen Sie mein Rat? Warten Sie, bis es regnet. Ich würde lieber wissen, wofür ich Wildschweinfett brauchen könnte. Wölfe jagen nachts. Seien Sie da draußen vorsichtig. Wenn Sie in diesem Tal überleben wollen, müssen Sie jagen und schatten lesen werden. Das ist eigentlich der Nachteil, wenn man schon vorher alles erkundet, dann können die Einheimischen nicht mehr allzu viel Neues erzählen. So. Wir sehen uns jetzt aber mal... Ja, was... Da. Herausforderungsgraf. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Und wir sind aber viel zu weit gegangen. Wir waren dann da schon bei Suche nach Großvater, Nadias Großvater. Und das ist ja die DLC-Mission. Die möchte ich ja noch nicht machen. Da halten wir noch ein Münzversteck. Wir haben für die Folge jetzt gerade einmal 14 Minuten Aufnahmezeit. Wir könnten natürlich versuchen. Was ist das? Herausforderung. Kämpfe um die Flagge. Ja, da sind die Sowjetflaggen. Basislager, Zisternenhöhle, Münzversteck. Äh. Ich wüsste nicht einmal mehr, wie man da oben hinkommen. Wir machen mal ein bisschen Rantale. Ah. War klar, dass einer natürlich irgendwo auf uns aus dem Hinterhalt wartet. Ich komme da nicht durch. Aber der Rest hatte einfach Pech. Bogen schießen kann die gute Lara. Jetzt hält er sich wenigstens auch aus. Was kann man denn da nutzen? Ich bin ja immer wieder naiv. Ich hoffe, dass wenn wir zum Beispiel auf unserem Weg nach zur Endmission so viele Gegner wie möglich eliminieren, dass die dann weniger sind. Aus, bitte Munition. Dass die dann weniger sind im eigentlichen Kampf. Aber das ist, glaube ich, dem Spiel ziemlich egal. Ist Nadja eigentlich noch im Kasten? Nein. Ist sie nicht? Ich hoffe, ich hoffe, das war nicht Nadja. Nein. Gangster. So, na gut. Wo ist das Münzversteck? Mal schauen. Ich weiß es nicht. Wir hätten noch dieses Herausforderungsgraf. Und dem ich jedoch nicht weiß, wo wir und wie wir dorthin kommen. Münzversteck müsste theoretisch da oben sein. Wenn wir Glück haben. Also Glück. Hashtag Skills. Oh. Da waren wir noch nicht drin. Höhle. Checken wir da einmal die Höhle ab. Gut, sie steckt zumindest mal. Okay, ich gehe mal auf schwere Munition. Ja, wo denn? Ich mache mich nervös. Aber keine Rübe. So, Hammer. Ich glaube nicht. Reiz sie raus. Puh. So. Kato aktualisieren. Jetzt sind so viele Geheimnisse. Da liegt sogar echt tatsächlich noch eine Truhe. Die bin ich. Krypto Eingang. Oh, da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Die haben wir definitiv noch nicht gesehen. Aber es ist schwierig. Ich wollte ja in der nächsten Folge und da haben wir das Herausforderungsgraf. Überlebensversteck. So, wir laufen jetzt mal querfeldein. Krypto Eingang. Vielleicht check ich da noch mal die Runde. Ist irgendwas versteckt. Gut. Alles voll. So, ja, alles klar. Wir müssen wieder dort. Wieso die dramatische Musik? Sie zieht den Bogen aber nicht. Normalerweise erst wenn es wirklich heikel wird und sie den Bogen zieht. Da ist die Kacke am Dampfen. So, Krypto. Ah, ich glaube, war das so ein Eingang, die... Oh. 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 Okay, wir brauchen das Fell. Oh. Wir brauchen das Fell. Oh. Zwei Sternchenfälle. So. Krypta, Krypta, Krypta. Ich glaube, das ist der untere Weg, der da. Was leuchtet da so? Das war da jetzt echt. Oh, das war da. So, wieso haben wir das noch nicht versucht? Mal sehen, ob wir mit den Fällen noch irgendwas updaten können. Äh, Inventar Upgrades verfügbar. Waffen Upgrades verfügbar. Halbautomatische. Ja, die hat irgendwie gar nichts. Die ist eigentlich ganz gut. Was kann man denn da? Rückstoßstabilität. Wir haben elf Fälle mit Stern. Neun, äh, normale, aber... Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht genau, ob ich das dafür investieren will. Dann lieber Ausrüstung. Pistolen Munitionsbeutel. Ähm, ja genau, wollte ich nicht irgendwann einmal den Pfeilbeutel und so. Rucksack. Da brauchen wir 20, aber ein Bärenfell. Das hätten wir. Ja, wir können uns das leisten. Mehr Pistolenmunition. Na gut. Gar nicht mal so blöd die Stelle. Wir können uns, ich werde uns für die nächste Aufnahmesession entscheiden. Vielleicht machen wir noch eine Zwischenmission. Ich meine, immerhin, ich schaue mal ganz kurz rein. Oder ich mache das dann offline. Wenn es nicht die Krypta ist, können wir ja von da dann dort hinreisen, wo wir hinwollen. Nämlich Sophie und Jacob und die Einwohner des Tals gegen Trinity verteidigen. Ansonsten, ich bin draußen für heute. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Schluck auf. Entschuldigung. Nein, wünsche ich euch nicht. Ich wünsche euch was. Ciao, Papa.